Schalke 04 entlässt Wagner. Nach 16 sieglosen Spielen und nach einer eingehenden Analyse ist man zudem im Schluss gekommen, dass das nicht mehr funktioniert, nachdem die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben. Interne Lösungen, Rangnick, Jovic, Grambotzes oder Baum sind im Gespräch für die Nachfolge. Der Nachfolger von David Wagner ist gefunden, LT Sport übernimmt, er war bereits der U19 Coach, der Schalker ist der jüngste Trainer in der Bundesliga, hat viel Potenzial, aber auch viel zu lernen und versprüht ganz viel Euphorie. Er freut sich auf die kommende Aufgabe, die jetzt in wenigen Tagen losgeht. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal LT Sport Entertainment. Wie bereits eben vielleicht schon gesehen, starten wir heute in FIFA 21 unsere erste Karriere mit dem FC Schalke 04 und probieren die Schalker wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Als erstes gucken wir direkt mal in die Jugendakademie und finden dort Jamal Kude aus Algerien, 17 Jahre alt, 61, Potenzial von 71 bis 94. Den verpflichten wir direkt. Zudem verlängern wir den Vertrag von Can Bostogan, trainieren Raman dank einer neuen Funktion vom Umtrainieren auf RM um. Das konnte er schon spielen, aber damit das jetzt seine Hauptposition ist, weil da plane ich ihn ein. Genauso wie ich Hamza Mendil auf der Rechtsverteidigerposition einplane und nicht auf der Linksverteidigerposition bei Raman dauert das Umtrainieren 4 Wochen, bei Mendil 11 Wochen. Zudem gucken wir uns jetzt unseren Kader an. Dort haben wir auf die Transferliste gesetzt Bastian Otschipka. Otschipka. Guido Burgstaller in der Realität auch weg, soll auch hier weg zu Otschipka. Kann ich nur sagen, er ist zu alt und passt nicht mehr hier her. Skripski ist ebenfalls mit 27 Jahren zu alt, als dass er sich noch verbessern könnte und nicht gut genug. Nastasic gab es in der Realität auch Gerüchte darum. Becker ist einfach nicht gut genug hier. Und jetzt kommen wir zu den Spielern auf der Leihliste. Da haben wir einmal Sebastian Rudi, der in der Realität ja auch zu Hoffenheim gegangen ist. Hier sind es ja noch nicht die aktuellen Kader. Markus Schubert, der in der Realität ja mit Renault diesen Leihtausch hat. Tai Tagui verbessert mich gerne wegen der Aussprache. Kutucu und auch Bujelab sollen allesamt ausgeliehen werden. Genauso wie Merkan. Deutschland. Aber die letzten alle nur, um Spielpraxis zu sammeln. Rudi und Schubert zum Beispiel, weil es in der Realität auch so ist. Zudem haben wir ja eben schon unsere Jugend gesehen. Und damit die knappen Spiele aufgeführt sind, schicken wir unseren Scout nach Deutschland. Dann gibt es ja auch das neue Training. Das werde ich jetzt immer selbst spielen, aber nicht mehr zeigen. Weil das einfach zu aufwendig wäre, wenn ich irgendwie jeden Tag hier das Training zeige. Aber im Hintergrund werde ich das auf jeden Fall spielen. Jetzt gehen wir aber rein ins Vorbereitungsturnier. Dort starten wir mit dem Spiel gegen Watford in der Schnellsimulation. Und wir spielen am Ende dann 1 zu 1. Rahman trifft auf unserer Seite, bevor Dawson für Watford ausgleicht. Zweites Spiel, auch Schnellsimulation gegen OGC Nizza. Mit der B11 eher spielen wir leider 1 zu 0. 26. Minute fiel der Treffer für Nizza. Und jetzt probieren wir im Spiel gegen Florenz mal die neue Simulation aus. Neu sind hier auch einige Designs auf meinem Kanal. Falls euch hier diese Videos gefallen, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke. Im Spiel gegen Florenz werde ich euch in der Simulation normalerweise immer nur die Tore zeigen. Hier am Anfang bleiben wir natürlich einfach mal dran, um das mitzuverfolgen. Wie das denn alles hier so abläuft bei unseren Schalkern. Jetzt vielleicht mal Florenz über die linke Seite. Nochmal durch die Zentrale durch. Am Strafraumrand schon. Über links ist viel Platz. Da ist viel Platz. Fährmann hält den ersten, aber den zweiten nicht. Kuhame trifft für Florenz. Ich melde mich beim nächsten Tor. Halbzeit. Ich denke es ist eine gute Zeit, um viel zu wechseln. Ihr seht die Wechsel hier alle aufzuzählen. Wäre zu viel. Weil es ja ein Testspiel ist, habe ich aber mehr als dreimal gewechselt. Jetzt, 76. Minute in der Simulation, gibt es ja jetzt auch die Funktion einzugreifen. Heißt, wir gehen rein ins Spiel und landen hier direkt beim Spielstand von 0 zu 1 und wären Stand jetzt raus aus dem Vorbereitungsturnier. Und das sieht auch direkt nicht gut aus. Florenz kommt. Aber das können wir nochmal klären. Florenz wieder. Ribery von Bayern. Was ist das denn? Fährmann kommt nicht ran. Die Abwehr und das Mittelfeld. Zu weit weg von Franck. Ribery, dem Ex-Bayern. Und der haut dann diesen Distanzschuss raus und zeigt, dass er es auf seine alten Tage immer noch kann. Aber da kann Fährmann dann am Ende nichts mehr machen. Und das war es dann wohl. Hier mit dieser Partie. Wir verlieren 2 zu 0 gegen Florenz. Das heißt, wir sind raus. Aber das heißt auch, wir können jetzt jeden Tag hier trainieren bis zum ersten Spiel. Merkan ist nebenbei ausgeliehen. Und Bastian Utschipka werden wir höchstwahrscheinlich für 6,5 Millionen an den FC Granada verkaufen. Nastasic wird uns ebenso verlassen. 15 Millionen und das nimmt dann am Ende der Vertreter von Benfica Lissabon an. Ebenso werden wir überraschenderweise aber auch einen weiteren Leistungsträger verkaufen. Aber bei der Summe, die ihr gleich sehen werdet, kann Schalke auch in der Realität nicht Nein sagen. Auch wenn es Omar Mascarell ist, der uns zu Leicester City hin verlässt. Sebastian Rudy wird ausgeliehen mit Kaufoptionen in Höhe von 12,5 Millionen an Benfica Lissabon. Heißt jetzt einfach mal Transferschlacht hier eben gewesen. Wir trainieren jetzt Thiau oder wie auch immer der ausgesprochen wird auf ZDM Umba. Vorher Innenverteidiger, Rammans Positionstraining auf RM ist schon fertig. Und einen Rückkehrer haben wir auch noch zu vermelden. Nach diesem Transfer kümmern wir uns am 1. August jetzt um unsere Jugend. Haben dort Bobby Pope in der Jugendakademie und ziehen den auch direkt mal zu den Profis. Im Scouting-Update finden wir auch noch zwei brauchbare Spieler. Vor allem ist Fabian Schneider, aber er ist noch 15. Heißt wir können ihn nicht holen. Ein weiterer Transfer ist Kunde Malong von Mainz 05. Für 10 Millionen plus Steven Skripski. Das bezahlen wir und geben wir ab für den neuen Sechser. Den Oma-Maskarell-Ersatz. Sorry für den Versprecher. Und jetzt gehen wir auch schon rein. Direkt in unsere erste Pressekonferenz als Schalke-Coach. Und wollen nicht ständig sagen wie David Wagner, dass wir eine Reaktion zeigen wollen. Sondern wollen anpassende, ansprechende Antworten geben. Wir müssen auf jeden Fall aus unseren Fehlern vom Vorbereitungsturnier lernen. Und das heißt aber auch, unsere Moral sinkt ein bisschen. Konstanz ist vor allem entscheidend dafür, dass wir am Ende hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und ich denke noch nicht, dass Kunde spielen kann. Dafür ist er einfach nicht fit genug, hat zu wenig Bissigkeit. Aber wir werden sehen im Spiel, welches es dann in der nächsten Folge gibt. Denn diese Folge neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne einfach nur nochmal darüber sprechen, wie es denn jetzt hier auf dem Kanal weitergeht. Ich plane damit und hoffe auch, dass ich es durchziehen kann. Bis auch natürlich, wenn mal was dazwischen kommt. Dass ab sofort dreimal pro Woche eine Folge der Schalke-Karriere kommt. Damit diese Karriere richtig schön durchgezogen werden kann. Bis so in den Dezember rein. Ob im Dezember vielleicht sogar was Spezielles passiert, weiß ich Stand jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall wird dreimal pro Woche an festen Tagen und zwar Mittwoch, Freitags und Sonntags voraussichtlich die Schalke-Karriere kommen. Vorschläge werden erst immer in der übernächsten Folge aufgenommen, weil ich diese erst dann aufnehme. Wenn sie dort sind, heißt ich nehme mittwochs schon die Folge für Freitags aus und da kommt das Video raus. Mittwochs wird das Video meistens um 17 Uhr zu sehen sein, Freitags um 15 Uhr und Sonntags schon um 10 Uhr morgens. Mit der Schalke-Karriere probiere ich immer kürzere Videos zu machen. Also so zwischen 10 und 15 Minuten und mich auch daran zu halten. Zwei Spiele pro Folge wird es geben, außer halt wie heute in der Transferphase kann es eins oder auch mal wie heute halt gar kein Spiel geben. Und ansonsten immer zwei, vielleicht ein paar Simulationen, vielleicht greifen wir dort mal ein. Ich kann euch versprechen, so oft werden wir jetzt auch nicht eingreifen. Und dann halt noch ein paar Schnell-Simulationen plus das Training, was ich im Hintergrund immer jeden Tag, wo das stattfindet, selbst machen werde. In der nächsten Folge gibt es dann das Spiel gegen Leipzig, den Saisonauftakt gegen Köln und eine Simulation gegen den VfL. Wolfsburg wahrscheinlich plus den Transfer-Deadline-Day, wo vielleicht noch einiges passieren wird. Wir brauchen noch einen RV und vielleicht auch nochmal was für die Außenpositionen. Außerdem wollen wir dann noch vielleicht einen Torwart holen, falls uns Markus Schubert dann verlassen sollte. Ob per Laie oder per Kauf, weiß ich, stand jetzt noch nicht. Das war es aber für heute von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch gefällt es und euch gefällt hoffentlich auch, dass es jetzt wieder aktiv weitergeht. Ich will mich bedanken für sechs neue Follower in der letzten Woche und sage jetzt hiermit Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Tschau.